Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Obscure mit Josh und Shannon in unserem Dream Team. Der Lehrer, Mr. Walden, ist der glaube ich, hat letztes Mal die Tür für uns hier unten geöffnet und wir hauen jetzt einfach mal ab. Ashley kann doch verrecken. Ach ne, die ist mitgekommen, was? Oh, scheiße. Und Sie, Shannon? Was sagen Sie dazu? Hör auf damit, ich hab so schon genug Angst. Mist, die Batterie ist leer. Kein Wunder, du filmst ja auch schon ewig. Das gibt's doch gar nicht. Und hat's geklappt? Blödes Handy. Ich hab keinen Empfang. Was machen wir denn jetzt? Wir haben keine Wahl. Wir müssen Friedman warnen. Ja, da haben wir mal wieder keine Wahl, nicht? Mit einer Disc kannst du speichern, wann du willst. Yay, wir haben eine Disc gefunden und hier liegt Zeug. Oder ich hab mir das so eingebildet, dass hier Zeug liegt. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Wie, hier gibt's nichts mehr zu holen? Äh, grenzt der das übrigens für den ganzen Bereich ab, oder ist das dann... Hier gibt's nichts mehr für uns. Och, Mensch. Hm. Wir können auch Basketball spielen. Hier, das ist... Was ist das für Zeug auf dem Speicher? Hä? Auf welchem Speicher? Moment, ich hab eine Karte. Wir sind jetzt gerade in der... Ja, im Hof, sozusagen. Äh, dort gibt's den Speisesaal. Das Schüler... Oh Gott, ich hab Angst. Äh, finden wir nicht langsam mal eine Knarre? Das wär doch eigentlich ganz nett. Ja, dann behalte aber deine Meinung für dich. Der hat uns doch jetzt erstmal hier ausgelassen. Hier sind die schulinternen Vorschriften. Ist da hinten ein Getränkeautomat? Wir müssen suchen, bevor es dunkel wird. Mir wird kalt. Immer was zu meckern. Was ist denn das hier? Hm. Die Tür ist abgeschlossen. Okay. Schulgebäude? Oder was ist das hier für eine Tür? Jetzt hast du nicht so schnell gesehen, was da dran stand. Oh. Ja je, was ist bloß los in dieser Schule? Ich brauche Schläger aus Aluminium. Sieht aus wie das Zimmer von meinem Bruder. Okay, warte mal. Hier ist ein Automat. Gebt die Energydrinks her. Kann ich ihr auch eingeben, damit die sich selber heilt? Nee, kann ich nicht. Toll. Moment, die hat jetzt einen Holzschläger. Ich hab eine Metallstange. Ähm. Ist der Aluminiumschläger besser als die Metallstange? Na so oder so geb ich ihn ihr. So. Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Ja, ja, wir sind ja gerade mal am Anfang. Oh Gott. Uuuh. Ein Lehrer hat vergessen, seinen Spinn zu schließen. Die doofe... Ähm. Der Kerl. Der Mensch. Oh, hier blinkt was. Eine Karte. Ah, okay. Okay, okay, okay. Und hier sind einzelne Klassenzimmer. Ja, ist ja sehr, sehr kompliziert aufgebaut, das Ganze. So, Klassenzimmer, 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 Klassenzimmer. Ah, hier sind noch Vitrinen. Können wir die auch kaputt hauen? Hehe. Yeah, Baby. Yeah. Yeah. Bäh. So. Jetzt mal gucken. Und so schon hat drei Jahre in Folge das Schulbasketballturnier gewonnen. Aber jetzt nicht mehr. Kenny wird nicht mehr auftauchen. Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet. Ah. Ihr Schweine. Hier war doch gerade eine Tür. Hä? Ach so. Es sah halt aus, als wäre da eine Tür. Okay, dann gehen wir doch gleich mal in Tür Nummer 1. Scheinbar verschlossen. Da ist ein Loch im Boden. Das lässt mich nicht hoffen, dass wir hier Freunde finden. Hier liegt was. Energy Drink. Dankeschön. Dankeschön. Und hier ist noch ein Automat. Wenn wir etwas Trinkbares wollen, müssen wir dafür bezahlen. Was? Oh. Ähm. Ups. Hm. Da ist doch glatt mal die Shannon erwischt. Hm. Shannon, geh mal aus dem Blut. Wenn der Onkel hier aufräumt. So. Der Getränkeautomat. Peng. Ja, hier ist nichts weiter. Hm. Okay, dann gehen wir mal hinter Tür. Nummer 1. Was verbirgt sich dahinter? Ist das Gas? Tritt hier Gas aus? Eine Waffe. Jetzt wird es ernst. Okay. Um die Pistole auszuwählen, halte E gedrückt und verwende die Richtung Sisten. Okay. Halte, Umschalt. Umschalt. Ach so. Wechsel über Rück. Zählwechsel über Rück. Ah, okay. Munition im Magazin. Munition zum Beispiel des Teams. Okay. Gut. Dann nehmen wir noch die Munition. Und die Taschenlampe. Die können wir wieder verkleben miteinander, oder? Hier gibt es wirklich alles. Hier gibt es nichts mehr für uns. Widerspricht sich ja gar nicht. Als habe ich vor allem schon einen Schuss verballert. Können wir hier wieder die Taschenlampe mit der, mit der, äh, Klebebandlampe kombinieren? Mit, und jetzt, äh, genau, mit der Pistole. Supi. Hat die Lampe eigentlich eine begrenzte, äh, Brenndauer? Das würde mich mal doch interessieren. Das Schloss kriege ich mit links auf. Ach, na, das wollen wir doch mal so. Das Schloss sollte kein Problem sein. Ach so, ich muss sie wieder auswählen. Ah, 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 ah. Wo ist denn der Draht? Hier ist der Draht. Und sie schiebt Wache. Sehr professionell, die Gute. Komm. Boah! Alter! Alter! Okay. Okay. Boah. Oh, da ist so ein Medikit oder sowas. Oh, Erste-Hilfe-Ausrüstung gefunden. Yay. Kann ich die der Shannon geben? Nee. Ich kann nur Shannon heilen, äh. Vor allem, wenn wir hier einmal was benutzen, das hilft dann nicht gleich für beide, sondern... Was? Man muss jeden separat heilen. Äh. Wir werden hier schneller sterben, als sie fliegen. Ein Besen und ein paar Reinigungsmittel. Hier wohl nur... Was? Hier wohl nur Säten. Hier gibt's nichts mehr für uns. Okay. Joshy Boy. Puh. Oh, ich bin ein bisschen angespannt, wie gesagt, weil das mit dem, mit dem, äh... Oh Gott, geh da nicht rein. Weil hier man die, die Leute halt nicht heilen kann. Und das macht mich ein bisschen nervös. Nee, wir wollen doch nicht nach oben. Wir wollen uns erstmal unten umsehen. Wir gehen mal weiter. Wir bleiben mal hier. Aber Shannon, wenn du eine Waffe kriegst, musst du die auch benutzen, ne? Oh, ist hier irgendwas drin für uns, was nützlich erscheint? Muss ich ja dann auch wieder hauen, ne? Und das macht ja sie nicht. Das Wasser riecht komisch, okay? Abgeschlossen. Okay. Hier geht's rein. Okay, was ist das hier? Oh, das sind so viele, das sind so viele. Was, das Fensterschnelllicht? Achso. Ähm. Okay. Das Fensterschnelllicht. Scheiße, wir müssen nicht mehr auf Shannon hören. Äh, okay, nochmal rein. Jetzt hab ich mich so sehr erschreckt. Moment. Nochmal. Also das Fenster war sicherlich gegenüber. Dann müssen wir da schnell... Das sieht ja aus wie eine Waffe, wie das da liegt. So. Dann müssen wir schnell dahin sprinten. Kann sie denn was machen? Oder können wir eh die Pistole... Obwohl, ich schieße sie dann auch. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach, wir probieren's einfach. Ach, ich hätte ja mal abspeichern können. Verdammt. Ne, wir speichern mal kurz ab. Moment. Ich geh... Der fünfte Anlauf. Wirklich. Jetzt klappt's. Moment. Wir speichern mal ab. So, Speicherraum machen wir mal hier. So, Obscure wird gespeichert. Okay. Alles aufgenommen. Können wir reingehen. Juhu. Okay, dann los, 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 los. Schnell! Licht! Und jetzt? Hä? Ja, und jetzt? H2SO4. Schwefelsäure. Damit sollte ich lieber gut aufpassen. Hm. Schwefelsäure ist ja auch nichts, was man einfach in die... Eine Flasche mit Säure, das könnte... Was? Das können wir nicht tragen. Wie, das können wir nicht tragen. Gibt's hier auch Sachen, die man ablegen kann? Hm. Eine Flasche mit Säure, das können wir nicht tragen. So nicht. Use Acid carefully. Benutzt die Säure vorsichtig. Wieso hat denn der jetzt gar keine Waffe mehr in der Hand? Aha. So, okay, ähm... Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Ja, wir wissen alle, dass hier noch was sein muss. Du hast es ja... Sonst würden wir hier nicht reingehen. Ah. Mortifilia tritt in Kreisform auf. Die Klassifizierung ist schwierig. Diese endemische Pflanze bringt mikroskopisch kleine Knospen hervor, die scheinbar nicht zur Fortpflanzung dienen, sondern möglicherweise neue Blätter bilden. Zur näheren Beobachtung. Die Parasiten und das spinnenähnliche Aussehen erklären die Fähigkeit, sich explosionsartig zu verbreiten. Die Hypothese wird bestätigt durch die Präsenz eines überdimensionierten unterirdischen Ausläufers, der für die starke Vermehrung sorgt. Detaillierte Untersuchung der Knospen. Die Knospen zeigen eine erstaunliche Keimfähigkeit. Hunderte von Linien am Ansatz belegen, dass die Spezies äußerst langlebig ist. Schnitt durch das Leitgewebe. Die Röhren sind völlig trocken. Keine Anzeichen von Feuchtigkeit. Wie werden diese Chlorophyllzellen mit Feuchtigkeit versorgt? Die freigesetzte schwarze Substanz stammt aus Drüsen an der Wurzel und wirkt giftig auf die biologische Umgebung. In einer dunkel-hell-dunkel-Sequenz werden Schwankungen in der Sauerstoffkonzentration beobachtet, unabhängig davon, ob DCPIP vorhanden ist oder nicht. Die Pflanze reagiert besonders empfindlich auf Lichtentwirkungen. Sie fürchtet das Licht. Diese Pflanze verstößt buchstäblich gegen alle Regeln der Botanik. Die Molekularanalyse zeigt genetische Verbindungen, durch die das Morphinia als nicht rekombinierendes Isolat auf Genebene definiert werden kann. Dies bedeutet, dass das Genmaterial nicht auf sexuellem Wege übertragen wird, sondern auf parasexuellem Wege. Ich habe ein Experiment durchgeführt, bei dem ein transierter... Oh, meine Güte, meine Güte. Transierter, transienter, diploider Knoten entstand. In diesem Knoten fand ein Faktorenaustausch bei der Zellteilung in zeitlich großen Abständen statt. Der diploide Knoten wandelte sich dann durch Verlust von Chromosomen einständig in einen haarloiden Knoten um. In diesem System könnten zwei individuelle Spezies genetisches Material austauschen. Schlussfolgerung. Es steht fest, dass Morphylia anormale Eigenschaften besitzt. Ungeachtet der unglaublichen Langlebigkeit ist diese Pflanze besonders kreuzungsfreudig. Die Forschungen müssen fortgesetzt und der Genotyp dieser Zellen muss ausführlich untersucht werden. Ah, hier liegt noch eine Disc. Gott sei Dank, ey. Hier gibt's nichts mehr für uns. Gott sei Dank. Komm, wir gehen. Shannon, komm mit. Also müssen wir jetzt immer zum Fenster laufen, wenn was ist, oder wie ist das? Naja. Naja, 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 naja. Naja. Naja, 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 naja. Okay. Haben wir eigentlich noch Schlüssel oder sowas im Inventar? Es tut mir leid, dass ich hier, wie gesagt, in den Anfangsfolgen etwas unbeholfen bin. Ich muss mich an die Steuerung gewöhnen. Das ist nicht so leicht. Die nimmt ja mein Gamepad, mein ganz normales, nicht, sondern nur dieses scheiß Xbox 360. Und das hab ich nicht. Ähm. Da bin ich gerade etwas... Oh Gott. Schnell, komm, Shannon, lauf. Lauf. Ah, hier ist nochmal Klebeband. Yay. Können wir noch... Eine völlig verrostete Kette versperrt durch die Tür. Wie kann ich diese Angelegenheit beschleunigen? Ach, vielleicht mit der Säure, die wir unten gefunden haben? Hier gibt's nichts mehr zu holen. Ja, mit der Säure. Aber wie können wir das machen? Der meint ja, die Säure können wir angeblich nicht tragen. Hm. Hm. Was? Boah, diese Random-Geräusche hier, die sind aber schon ein bisschen eklig. Auch wenn das Spiel trotzdem irgendwie ein bisschen niedlich ist. So was so dieses... Dingsbums. Eine Flasche mit Säure, das können wir nicht tragen. Wieso können wir das nicht tragen? Haben wir zu viel Zeug im Inventar? Oder was ist jetzt das Problem? Moment, kann ich die auch ablegen? Nee, untersuchen. Metallstange. Wieso können wir die Flasche nicht tragen? Wieso können wir die Flasche nicht tragen? Wir müssen doch irgendeinen Weg finden. Aber ja, man meinte ja schon, hier ist nichts mehr für uns. Aber diese alte, verrostete Kette und wie können wir das Problem jetzt lösen? Das weist doch eindeutig darauf hin, dass wir da die Säure drauf kippen müssen. Oh, guck mal, wie der Fernseher da unten sich mitdreht. Menno! Vielleicht müssen wir noch irgendwo anders eine spezielle Handschuhart oder irgendwelche Handschuhe oder sowas finden. Und dann können wir vielleicht... Na, ich wollte gerade sagen, nichts ist unkaputtbar, wenn ich hier komme. Nichts Interessantes in diesem Schaukasten. Dafür musste ich ihn kaputt schlagen, denn sonst hätte ich das nicht gesehen. Hä? Ach so, der sah gerade aus, als ob er noch ganz ist. Hm. 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 Hm, gehen wir mal hier raus. Dann müssen wir vielleicht irgendwo anders noch... äh... ne... ne Flasche finden irgendwie. Wir müssen eine Flasche finden. Ach, guck mal, wer ist denn hier im Bild? mit Haftflasche gefunden? Nein. Ähm. Ja gut, wir laufen mal zu Ashley zurück. Hey Ashley! Ihr habt euch aber Zeit gelassen. Was machen wir jetzt? Äh, wir hauen jetzt alle... Hier geht's nichts mehr für uns. Ja, wir hauen jetzt alle mit dieser, äh, Metallstange auf dich ein, bis du bewusst los wirst. Ist das nicht schön? Nein, wir beenden jetzt hier leider den Part. Hm, 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 ups. Äh, ja, die Parts sind ein bisschen kürzer, einfach weil ich, ähm, ehrlich gesagt momentan nicht so viel Zeit zum Aufnehmen habe. Weil ich mit ein paar anderen Sachen beschäftigt bin und mit der Uni vor allen Dingen. Und deswegen, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, immer so um die 15 Minuten Parts. Und ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ja, ansonsten freue ich mich wieder über eure Hinweise. Äh, dankeschön und dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!